Das Wetter. Das Wetter in dieser Gegend ist sehr speziell. Im Forum haben die ein ganz schönes Geheimnis gemacht mit den Cash. Wow, wie spannend. Warum bist du nicht zu Hause geblieben? Weil ich Zeit mit dir verbringen wollte. Aber ich dachte eher an Wellness oder so. Was ist das denn? Ist dein GPS wasserdicht? Denn jeden Tag ist Wochenende. Jeder Tag kommt in der Netz. Ich glaub dir ist was, Alter! Hey! Sieht so aus, als wäre er einfach so verlassen worden. Jessie! Sie reagiert nicht. Ich hole Wasser. Hörst du mich, Jessie. Ich will ihn nur helfen! Hier drin ist sie sicher. Sicher vor was? Aber was ist das für ein kranker Scheiß, Mann? Technologie für den dritten Weltkrieg. Mind Control. Die Wellen verwenden die gleiche Frequenz als das menschliche Hirn. Sind dir stimmt irgendwas nicht? Was ist das hier? Kannst du laufen?